Der Audi-Bau in Zwickau. Heute an der Audi-Straße gelegen, vor dem Kriege, in den 30er Jahren erbaut, war das hier die Lessingstraße gewesen. Und wenn man sich das Gebäude heute einmal ansieht, findet man hier diese Schönheit, also Nostalgie der 80er Jahre. Und offensichtlich handelt es sich um einen Zweckbau, denn sehr sachliche Linien sind hier zu betrachten. Doch der eigentliche Grund meines Aufenthaltes hier ist, dass dieses Gebäude 2020 zu einer sächsischen Industrieausstellung gehören wird. Hier an der Fassade sieht man noch deutlich die Stahldübel, wo einst die Symbole der Auto-Union in den 30er Jahren angebracht waren. Und zu Zeiten des VEB Sachsenring war hier im Gebäude der Kultursaal untergebracht. Saalburger Marmor kleidete hier dieses Gebäude aus und die Lampen- und Deckenleuchten wurden hier aus Lauscha herbeigebracht. Ach so. Und so ist es in der Fassade. Wie ihr seht hier auf Spurensuche hier im harmonicium, ehemaligen Werk 2 hier Sachsenring. Da wird also dieser Audi-Bau, dieser Name ist erst jetzt aufgeworfen worden, ist natürlich völlig unbekannt. Diese Bezeichnung für uns war es also als Sachsenringer der Kultursaal und der Speisesaal war hier drin, die Garderobe, wo wir uns umziehen und duschen konnten, das war hier im Kellergeschoss. Und deswegen ist dieser Name Audi-Bau nicht so tragfähig gewesen, hätte man es ja sowieso nicht benutzen können. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, das ist hier noch eine übrig gebliebene Haustür, wie sie also hier damals angefertigt und repariert worden ist. Und ihr seht also hier sehr einfach konstruiert, eine Rahmenbauweise und die Felder sind also mit Füllungen des Werkstoffs Duroplast hier gefüllt worden. Das sind also Dächer vom Trabant, die hier in Stücken geschnitten werden und da als Füllung verwendet werden. Also wärmeschutztechnisch natürlich nicht ganz so toll. Dächer vom Trabant Dächer vom Trabant Dächer vom Trabant Man kann also hier schön in die Räume hineinsehen, das ehemalige Gelände jetzt aus den letzten Jahren. Zwickhaus Gute Geister waren hier untergebracht und handelten also mit gebrauchten Gegenständen für den Haushalt. Ja, und in einer zu Ende gehenden Epoche sieht man auch noch, wie andere Epochen schon zu Ende gegangen sind. Ja, und auch eine originale Herrentoilette habe ich hier vorgefunden. So sah das aus, diese Ständerwände hier als Raumkonstruktion mit Kabak- oder Sperrwelsfüllung. Da ist es wahrscheinlich Sperrwels. Ja, und die einfachen Türblätter mit 37 mm Stärke hier, wie es so üblich war. Ja, und dann sind hier Kunstwerke hinterlassen worden, sodass man also auch ein bisschen was zu lesen hatte hier auf dem Klub. Ein flotter Spruch, das allerdings ist hier, ist es eine neue Zeit. Und Schlüsselanhänger für den Tonettenschlüssel war auch wichtig, damit man hier merkt, dass man das Ding in der Hosentasche hat. Ja. Musik Hier findet man ein Museumstück, so eine Koffertransportkarre der Deutschen Reichsbahn. Das ist ein ziemlich schwer metalliges Gerät. Hier hat sich sogar mal jemand die Mühe gemacht und ein Modell angefertigt von dem ganzen Gelände von Audi in der DKW-Halle. Es ist schon interessant, was hier aus dem ehemaligen FP9 geworden ist, aus der Endmontage. Hier gibt es sogar einen August-Horch-Saal. Ja, und hier gibt es dann noch mächtig was zu entdecken. Das ist also hier wirklich dann noch FP9, wie es gewesen ist. Und hier sieht man die Decke, wie sie also dann hier saniert worden ist in den 80er Jahren. Später dann hat man also die alte Dachkonstruktion wieder weggerissen, nachdem das neue Dach fertig war. wird auch noch erinnert an die traditionsreichen Zeiten hier vom Automobilwerke Zwickau. Zukunft bracht Herkunft. Ja, hier ist also wirklich alles noch urbelassen. Die Reifenvormontage und solche Dinge waren also hier zu Zeiten Sachsenring da gewesen. Toll, ja. Toll, wie das alles noch so aussieht. Ja, einst war hier einmal ein Uhrwerk untergebracht und zeigte hier die betrieblichen Zeiten an. Und das seit 1925. Ja, und da, wie das alles noch so aussieht. Ja, nicht ansiedsend. Ja, ich trat dachte. Da, wie macht es nicht. Also bes misunderstood.